Hi, ich bin Vanessa und ich freue mich riesig, dass ihr mein Design beim Adam Yourself Wettbewerb ausgewählt habt. Ich liebe diese Farbe in Kombination mit dem schwarzen Dach und den modernen Felgen. Damit kann ich jeden Tag mit meinem Freund durch die Stadt fahren und falle auf. Das könnt ihr auch. Sichert euch jetzt schnell euren Red Velvet Cake als Limited Edition oder konfiguriert euren eigenen Opel Adam. Mehr auf opel.de